hallo zusammen ich wollte euch mal diese wunderbaren weight gloves vorstellen von der firma jefferson sports die sind gel gefüllt also nichts mit sand oder wie wir das von früher kennen wo man hier so gewichtstäbchen einbringen musste ich habe lange nicht trainiert ich war in 80er jahren mehrfacher deutscher meister im thai und kickboxen europameister nummer 10 in der welt halb schwergewicht kenne diese handschuhe nicht bin durch corona wieder zum training gekommen und habe diese wunderbaren weight gloves kennengelernt 1100 gramm alle beide also man merkt das ganz schön und damit kann man halt wunderbar hier seine explosivität trainieren wie gesagt tipp von mir jefferson sports haut rein